hallo hallo leute es geht hier weiter mit super mario odyssey unsere bauarbeiterklamotte da ist der letzte den wir noch holen müssen aber ich habe völlig vergessen einseits müssen wir hier diese schönen müssen platzieren ich war einmal hier das mache ich mal sofort und danach werde ich mal mit dem pappageien sprechen da es einen trick gibt den man 100 zeitsprünge machen kann und das muss man durch einen mond und ja anlass nicht da hinten habe ich noch etwas übersehen da hinten ist an der tür das gibt noch viel zu machen der müsste aber auch sein ich glaube einer war ein mensch hier irgendwo war auch im park des taxis die zweite reinkommen ja hier ja müssen wir es werfen ja Wie muss das da noch mal aufhins nehmen? Aber die müssen dabei springen, ne? Ja, er ist drin. Ah, es war stuf. So, liegt der hier? Kommt hier. Okay, der war eigentlich nicht drin. Aber auch egal. Ähm... Ich muss den Sprung mal hier lernen. Ich weiß nicht, wie das geht, aber... Ähm, muss man das so... ...zumachen. Nichts, aber die gleiche Späne, das gab's nicht mit. Ich hab' ich das erzählt, ja, ne? Aber ich muss noch den einen auf der Nacht, ne? Das ist nun doch den, mein Gott. Ist aber soweit. Da war er, hier oben drauf. Voll dämlich, dass die Treppen da hoch, aber muss ich runtergehen. Das sagst du halt immer so nix aus, ne? Ding ist, ich glaub, das haben wir uns schon mal machen, ne? Mist. Ey! Was ist das? Mist. Das ist Basketballwerfen, ey. An, ey. Ja, er ist drin. Warte, warte, warte. Oh, ich musste auch noch mal. Das ist ein Läggstopsie. Da ist ein Läggstopsie. Äh, ey. Hey! Was? Was ist das denn? Exhalte, was weiß. Ah, das ist ganz gut. Ah, ich habe einen Traum am Ende. Scheiße, jetzt habe ich uns auch zu zerstört. Oh nein. Was soll ich denn das wissen? Das ist ein Exxon. Was ist denn da? Was ist denn da? Was ist denn da? Was ist denn da? ich bin mal hier raus, kurz... nach dem, ja... Mist... Nur am ließen... Das geht doch nicht... Spannter einfach nach 10 Sekunden wieder nach... Hä? Hä? Lot... Habe ich auch schließen? Oh, das geht auch... Wüsste ich nicht... Was ist denn der Zweite? Hä? Was ist das denn jetzt für ein Scheiß? Ich kann... Habe ich kaum bewegen... Habe ich kaum bewegen... Es fehlt nur noch einer... Ich finde aber keinen mehr... Ich finde aber keinen mehr... Ah, okay... Aber... Wo ist jetzt der Zusatzding? Ich bin... Boah... War ganz knapp, ey... Mensch... Kinder... Hilf mal... Zeit... Leider... Ich bin... Ich bin... Das... Ich bin... 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 Was? Nein. Okay. Scheiße. Oh, da bist du. Oh, oh, warte. What is das denn? Oh, warte ist irgendwas. Ah, da ist irgendwas. Oh, ne, wo? Ja, also da. Oh, warte ist denn das? Oh, wie schnell der auftaut heute, ne? Okay, das ist es. Ja, so. Und. Wow. das ist nichts auffälliges was soll ich mal, ich suche die Kamera wieder aus aber hier nicht mehr das ist doch nicht das ist ja nichts Verrächtiges, also hm aber Scharfschützen, keine Ahnung also im Prinzip ja alle töten, oder? Scharfschützen oder Beschuss ja 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 jetzt haben wir doch alle besiegt jetzt kommt auch nichts an ah ja 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 Keine Ahnung. Oder er muss noch zerstört werden, oder? Kann auch sein. Jetzt hauen die alle wieder auf. Ich habe keine Ahnung. Ich bin hier einfach weg. Alter, wie geistig kranker fährt der. Hey, was war denn? Ich habe keine Ahnung. Der ist so ruhig. Ja, was war denn? Wieso? Hä? Oh, ich freue mich nicht. Oh. Ach. Hier geht's so. Toll. Toll. Ähm. Was ist denn? Ah. We don't. Ah. Nein. Jetzt nimm doch. Verdammte Scheiße. Das rass ich komplett aus. Ich hab's auch ein Lumpur. Oh, jetzt nimm doch nichts mehr da. Ah, lecker. Wo ist denn? Oh ne, das wird dies bohren. Boah, ich klinge zu viel. Was ist das denn für eine Scheiße? Ich bin schon fertig. Aber das ist doch ein ruhiger Wesen. Ich find's jetzt nicht mehr. Oh, denn das sind auch noch Coins. Was ist das? Was ist das? Ah, hier ist der Topf. Ah. Es ist ein Win-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu. Vem! Ah! So. Da. Habe ich die Kakao. So, jetzt zeige ich euch mal den Glitch, ne? Ah, beziehungsweise... Oh, das ist korrekt. Können wir alle haben. Und zwar geht der so. Genau, dann geht's so. Und zwar. Nein, scheiße, das habe ich nicht schon angedauert. Nein! So, jetzt habe ich das beworfen. Ich schließe es gerade immer selbst durch, deswegen bin ich gerade ruhig. Das übersteht mir da. Ja, da steht mir da. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich habe das nicht mehr gesehen. Ich habe das nicht mehr gesehen. Ich habe das nicht mehr gesehen. Hey, das klappt gar nicht, Leute. Ich muss dadurch kurz bevor der getroffen wird. Okay, das war's. Okay, das war's. Was ist das denn für eine Scheiße? 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 Was ist das für eine Scheiße? Hey? Hey? Was ist das? Was ist das für eine Scheiße? Das hast du denn für eine Scheiße? Das ist für eine Scheiße? Was ist das denn für eine Scheiße? Was ist das für eine Scheiße? Oh ne? Was ist das denn für eine Scheiße? Was ist das denn für eine Scheiße? Was ist das denn für eine Scheiße? Was ist das für eine Scheiße? Was ist das für eine Scheiße? Was ist das für eine Scheiße?